Die meisten Menschen sind gut, aber manche Menschen sind schlecht. Doch du, du bist ein seltenes Geschäft. Also rein mit dir und gleich wieder raus. Du warst ja schon immer schnell von Begriff. Heute Abend nicht schnell. Wir haben so viele vorzeitig ins Jenseits geschickt. Aber nie jemanden, der es nicht auch verdient hatte. Irgendwann müssen wir alle für unsere Sünden bezahlen. Sie haut mich ab. Sie leckt ihre Wunden und dann macht sie Jagd auf uns. Jemand hat einen Freund von mir umgebracht wegen eines Auftrags, den er vor Jahren ausgeführt hat. Ach ja? Ja. Liefern Sie mir Antworten und Sie werden mich niemals wiedersehen. Betrachten Sie die Sache als Rätsel, das besser ungelöst bleibt. Wenn Sie so weitermachen, überleben Sie das nicht. Ich werde den Verantwortlichen töten. Und jeden, der sich mir in den Weg stellt. Sie sind von ihr besessen. Meine Neugierde. Das sind schlechte Manieren. Nein. Ich würde Sie gern wiedersehen. Also unter anderen Umständen. Das sind die besten Umstände, unter denen Sie mich je sehen werden. Das sind die besten Umstände, unter denen Sie sich umgebracht haben.